Willkommen zu einem weiteren Video von 4B42. In diesem Video zeige ich Ihnen wie unser Firewall System funktioniert. Das Firewall System ist für virtuelle und dedizierte Serverkunden gedacht. Das heißt, Sie sollten auf jeden Fall einen virtuellen oder dedizierten Server von uns haben. Ansonsten macht das ganze System ja auch keinen Sinn. Sie können dann hier bei Hosting. Dann bei Hosting Angebote unter dem Menüpunkt Firewall. Dementsprechend die Firewall dann bestellen. Hier eine Zone bzw. IP-Adresse auswählen. Das heißt, Sie können nachher für diese IP, die Ihr Server hat, dementsprechend Regeln anlegen. In diesem Fall hier 100. Bei Vertragslaufzeit lassen Sie hier in dem Fall keine und bei Zahlungsart hier Sponsoring. Dann klicken Sie auf Firewall bestellen. Dann kommt, wie bei jedem anderen Produkt auch, dass Sie den Server über den Verwaltungsbereich administrieren können. Das tun Sie dann hier unten bei Serververwaltung Firewall und können dann jetzt hier bei Erstellen dementsprechend die Firewall erstellen. Das heißt, ich wähle jetzt hier das Produkt, das ich gerade bestellt habe. Können bei Host dann das Host-System wählen. Entweder nur für die Firewall-Regeln oder halt Ihres entsprechenden Servers. Hier sehen Sie jetzt alle IP-Adressen, die Ihnen gehören. Ich nehme jetzt hier einfach mal die 200 zum Beispiel. Klicke dann hier auf Server erstellen. Man sieht, die Zone wurde erfolgreich angelegt. Und wenn ich jetzt hier meine Firewall auswähle, bei Einstellungen sehe ich jetzt hier die Zone. Die ist auch noch gelb, weil halt noch keine Regeln angelegt werden oder wurden. Und ich könnte jetzt hier zum Beispiel nochmal bei Erstellen weitere IP-Adressen auswählen. Das lasse ich jetzt aber. Und ich gehe jetzt hier noch weiter auf die Einstellungen ein. Das heißt, ich habe jetzt hier die Zone. Dementsprechend halt die IP-Adresse des Servers. Per Klick drauf öffnet sich dann hier ein Dropdown-Menü. Da sieht man dann die ganzen Regeln. Und kann dann hier auf dem Plus weitere Einträge anlegen. Hier können Sie auswählen, was für ein Typ das ist. Ob es eine Input, eine Forward- oder eine Output-Regel ist. Ich lasse hier mein Input und sage jetzt alles, was von der 8.8.8.8.8 kommt. Das ist in dem Fall der Google DNS-Server. Auf die IP-Adresse meines Servers. Das ist die 200. So. Soll abgelehnt werden. Sieht man dann auch hier, dass die Ampel jetzt auf grün umgesprungen ist. Und die Regel somit direkt jetzt in dem Host-System eingetragen wurde. Somit kann man jetzt von der Google-Adresse nicht mehr auf den Server connecten. Jetzt kann man hier natürlich noch weitere Regeln anlegen. Man kann zum Beispiel jetzt hier sagen, Output-Regel von der 200 auf den Google-DNS-Server. Darf man auch nicht connecten. Man kann natürlich auch noch eine ausgehende Regel machen und sagen, 200 darf man zum Beispiel auf den sekundären DNS-Server von Google per TCP und dann von dem Quell-Port 1024 bis 6.535 ist das. Darf man zum Beispiel jetzt hier auch nicht. Das heißt, wir haben jetzt hier zwei Output-Regeln. Man darf komplett auf den primären DNS-Server, das ist den hier, nicht connecten. Und die Verbindungen zu dem sekundären DNS-Server auf Part 53 sind in dem Fall auch verboten. Standardmäßig sind alle Regeln auf Ihrem Server deaktiviert. Und Sie haben standardmäßig, wenn hier keine Regeln angelegt, sind zwei Regeln, die den ganzen Verkehr erlauben. Das heißt, sobald Sie hier einen Eintrag vornehmen, sind diese Regeln hier aktiv. Und die zwei Regeln, die den ganzen Verkehr erlauben, werden automatisch dann von unserem System entfernt. Und Sie können dann hier wirklich explizit, dann müssen Sie die einzelnen Ports freischalten, die Sie benötigen oder geben halt hier komplette Port-Bereiche an, die Sie dann, wie Sie hier sehen, auch mit einem Doppelpunkt trennen sollten. Und das war es auch schon von den Funktionen. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich an unseren Support. Und weitere Videos zu den Firewall-Systemen und zu anderen Produkten finden Sie natürlich auf YouTube. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. ... ... ...